Hallo, mein Name ist Richard Hoffmann und ich bin heute Abend Ihr Chirurg. Was mich wirklich glücklich macht, das ist die schöne Zeit mit meinem Papa. Ich habe lange gewartet und zugesehen, aber jetzt kann ich nicht mehr. Wenn du mich verlässt, dann tue ich mir was an. Das heißt, dass dieser Festsaal irgendwie ist der Kaffee einfach gut. Ich habe einen Brief bekommen, der mich auffordert, alles Kristall in meiner Wohnung zu deklarieren. Genau die von Ihnen so bezeichneten ganz normalen Leute waren es, die 33 Nazis gewählt haben. Der Maulwurf träumt den Maulwurfstraum von Sonnenlicht und freiem Himmel. Wie bin ich eigentlich von der sozialistischen Zoologie ins Lektorat eines Belletristikverlags gekommen, wenn ich mich das jetzt mal fragen darf. Da ist gar keine Tristeste noch. Na, das wüsste ich aber. Dann habe ich das Ball genommen und alles kurz und klein geschlagen. Mögen Sie Stierkampf? Was wollte ich denn jetzt sagen? Es gibt noch Eis mit Früchten. Warum kommst du nicht mehr? Ich habe wirklich ein Blackout gerade. Gibt es da eigentlich viele Schwule in Dresden? Hallo, entschuldigen Sie. Nein, 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 nur nie. Ja, ich suche eine Straße. Aber wir wissen ja alle, dass es nie funktioniert hat. Aber wir können ja wenigstens versuchen, sächsisch zu sprechen. Das tue ich doch auch, obwohl ich es nie kann. Das tue ich doch, obwohl ich es nie kann. Das tue ich doch, obwohl ich es nie kann. Was ist das Das mühlt Der Weiss? Untertitelung des ZDF, 2020